Hey Leute, da ich zur Zeit nicht viel Besonderes mache. Und da der Wind so stark war, dass man kein einziges Wort versteht, gibt es jetzt ein kleines Voice-Over. Ich nehme euch in diesem Video mit an meinen Lieblingsplatz hier in Kofu. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich nehme euch in Kofu. 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 Ich nehme euch in Kofu.